Aus aktuellem Anlass wollen wir heute noch ein Video hinterher schieben zu unserem Anleihe-Video von vergangener Woche. Denn es gab eine ganze Reihe von Fragen von Martin Metzger, die in den vergangenen Tagen gestellt wurden. Wir werden uns im Laufe der Woche, müssen wir an dieser Stelle sagen, nochmal näher ansehen, was es mit dieser oben genannten Anleihe auf sich hat. Wir werden, wie versprochen, auch nochmal erklären, wie eigentlich Kursschwankungen bei Anleihen zustande kommen. Aber wir müssen dringend eine ganz andere Frage klären. Und das ist die Frage, was hat es denn eigentlich mit Fremdwährungsanleihen auf sich, beziehungsweise was passiert eigentlich, wenn mein Investment in einer fremden Währung, also nicht Euro-Währung, lautet. Denn Martin hat auch geschrieben, er hat sich jetzt das erste Mal eine Anleihe gekauft. Hier stehen die Eckdaten. Was mich irritiert ist, dass die Anleihe auf türkische Lira lautet. Ist das ein doppeltes Risiko? Also, es ist zumindest ein Risiko. Es ist gut, dass es ihn irritiert. Besser ist es, dass man bei so einer Irritation mit der Order-Aufgabe wartet, bis man versteht, was dahinter steckt. Und das ist ja klar, die Irritation ist durchaus berechtigt. Wenn ich hier sehe, ich habe ein AAA-Rating, ich habe Laufzeit von 3 bis 5 Jahren, ich habe einen Cooper von 5 bis 10 Prozent und eine Anleihe von 95 und 100 Schwank. Das klingt eigentlich ja bombastisch. Da würde ich auch zuschlagen. Und wenn ich dann auch sehe, welche Währung dahinter steckt, in dem Fall die türkische Lira, da haben wir auch gleich mal den Chart davon zur Verfügung, da stellt man fest, ja, da ist doppeltes Risiko, es ist definitiv ein Risiko vorhanden. Denn ich kaufe mir die Anleihe und muss meinen Euro vor an türkische Lira tauschen. Und Problem, ich kriege sie auch an türkische Lira zurück und muss dann wieder in Euro tauschen, wenn ich nicht weiter in irgendeine Lira investiert sein möchte. Und wir haben jetzt hier mal einen Chart, eure türkische Lira in den letzten 5 Jahren. Das heißt, die Währung hat hier um 50 Prozent die Lira gegen den Euro verloren. Und das ist halt das Risiko, das man dahinter definitiv hat. Ich kann mich nicht darauf verlassen, ich kriege meinen Zins und ich kriege meine 100 Prozent. Ja, das stimmt schon, das kriege ich. Entschuldigung, da kann man sich drauf verlassen. Aber ich kriege es halt in Lira zu bezahlt. Und wenn die Lira weniger wert wird, beziehungsweise der Euro wird mehr wert, wenn man hier sieht, hat man als Anleger ein relativ großes Problem. Was ist dann in diesem Zusammenhang entscheidend aus deiner Sicht? Man sollte sich vor allem Inflationsdaten ansehen. Was noch? Einmal das, aber einfach grundsätzlich mal in die Historie der Währung reingehen. Und wenn sich jemand auch mit Währungsthemen beschäftigt, das ist schon eine ganz andere Wissenschaft für sich, weil es ist wesentlich noch komplexer, sogar häufiger, sogar als der Aktienmarkt. Das sind Interbankenhandelssysteme häufig. Da hat es sehr viele außenpolitische, da hat es sehr viele wirtschaftliche Faktoren, die dazu beitragen, ob eine Währung steigt oder fehlt. Und da sollte man sich bitte nicht nur die Anleihe anschauen und sagen, ah, übrigens, die ist auch in türkischen Lira oder in US-Dollar oder was auch immer, sondern das ist eines der wichtigsten Kriterien. Wie schätze ich die Währung ein? Momentan klingt das ja alles so nach, als wäre es ein Riesenrisiko. Ganz wichtig natürlich auch. Überall, wo ich ein Risiko habe, habe ich auch eine Chance. Es kann natürlich auch sein, die Währung läuft mal für mich und ich erhalte eine höhere Rendite. Also ich möchte jetzt hier nicht von Fremdwährungsanleihen abraten. Ich möchte einfach nur sagen, wenn ich eine Fremdwährungsanleihe kaufe, dann muss ich das bewusst tun. Ich muss bewusst sagen, jawohl, und mir ist klar, die läuft auf türkische Lira. Und ich glaube, die türkische Lira wird stärker werden gegen den Euro in den nächsten Jahren und dementsprechend kriege ich vielleicht sogar mehr zurück, als ich momentan einzahle. Wer das nicht haben möchte, ein ganz wichtiger Tipp auf unserer Homepage, wenn man den Fremdwährungsanleihen benutzt, hat auch die Möglichkeit, die Währung auszusuchen. Und da kann man halt sagen, jawohl, ich möchte nur Euro. Oder ich denke mir eher, ich traue mir zu, den Euro-S-Dollar-Kurs eher zu erkennen, wo er hingehen könnte, dann wähle ich mir nur US-Dollar aus. Oder ich lasse alles frei und dann kommt auch Anleihen auf die türkische Lira raus. Und solche Währungsschwankungen, Währungsrisiken hat mir ja theoretisch bei vielen Punkten, die in mich ursprünglich in Euro notiert sind. Ein Fremdwährungsrisiko bzw. Fremdwährungschance, was du eben angesprochen hast, habe ich allerdings nicht nur bei Anleihen. Ich kann beispielsweise auch eine McDonalds auf dem Heimatmarkt kaufen, dann notiert die eben in US-Dollar. Auch wenn du hier bei uns kaufst, der Referenzmarkt, nachdem wir uns hier orientieren, wird natürlich die Notierung der McDonalds in New York sein. Und wenn der Kurs dort steigt, die Währung aber, wenn der Euro gegenüber dem Dollar abnimmt, kann es sein, USA steigt der McDonalds-Kurs, jeder freut sich erst baltierisch. Wenn man sich die Notierung in Euro bei uns in Stuttgart oder in anderen deutschen Büros anschaut, bleibt sie vielleicht gleich oder fällt sogar. Oder anderes Beispiel, ein ETF auf den S&P 500. Der S&P 500 steigt, lief sehr positiv, aber in den letzten Monaten ist halt einfach die Währung gegen den Euroanleger gelaufen und da der ETF wahrscheinlich in Euro notiert, trotz steigendem S&P fällt vielleicht der S&P Index, das Indexzertifikate, und das muss man alles mit berücksichtigen. Das sind Punkte, Währungschancen, Währungsrisiken. Oft kommt man gar nicht groß drum rum, wenn man gewisse Titel haben möchte. Die orientieren sich halt an den USA, das sind die größten Hightech-Unternehmen unterwegs, das sind ja große Schwergewichte in der Welt unterwegs. Und dieses Risiko, diese Chance, die muss einem einfach bewusst sein. Noch eine ganz kurze Frage zum Abschluss. Wir haben uns die Rahmendaten mal etwas angeschaut, auch bei uns, und sehr wahrscheinlich handelt es sich wohl um eine Anleihe entweder von der Europäischen Investitionsbank oder der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Warum unternehmen denn diese beiden Anstalten eine Anleihe im türkischen Lira? Ja, ganz einfach. Das sind einfach Unternehmen oder Banken, das sind sehr staatsnahe Banken, Euro- oder Deutschland-nahe, die eben Investitionen für Wiederaufbauprogramme, für Subventionsprogramme in verschiedenen Ländern machen. KfW gibt es natürlich auch im brasilianischen Real, die gibt es im südafrikanischen Rand, die gibt es in verschiedensten Währungen, weil die Bank eine Investition, eine Unterstützung in dem entsprechenden Heimatland vornehmen möchte. Und ja, die KfW selber hat ein sehr, sehr gutes Rating, aber die KfW nimmt das Geld ja nicht für sich auf, sondern sie möchte es für ein Projekt am Heimmarktmarkt haben. Und dass die KfW das Geld wieder zurückzahlen kann, die Chance ist sehr, sehr hoch. Deswegen AAA, also arg viel größere Chancen, wird man nicht haben. Aber sie nimmt das Geld eben absichtlich gleich in der Währung auf, wo sie es auch braucht. Und wenn sie ein Projekt in Türkei vornehmen möchte, unterstützen möchte, dann nimmt sie die Gelder gleich in türkischen Lira auf und zahlt es auch in türkischen Lira zurück. Wenn sie natürlich ein Projekt in Deutschland machen würde, würde sie es in Euro aufnehmen, dann wäre auch der Zinssatz wahrscheinlich ein ganz anderer. Das muss man sich natürlich auch vor Augen halten. Am Ende halten wir einmal mehr fest, auch und unbedingt natürlich die Währung beachten. Sie kann jedoch auch Chancen und Risiko zugleich sein. Ja, wie überall. Chancen und Risiken halten sich auf die Waage. Na gut, wenn wir jetzt hier mal einen Fünfjahreschart vorgesehen haben für die türkische Lira, dann muss ich mir überlegen, glaube ich, dass es noch weiter in die Richtung geht, hoffe ich, dass es in die andere Richtung dreht. Da kommt natürlich auch viel Politik dazu, wie gesagt Wirtschaft, da kommt eine ganze Menge an Informationen dazu. Und erst, wenn ich das ganze Paket zusammengeschnürt habe und meine Meinung gebildet habe, dann kaufe ich absichtlich und bewusst eine Lira-Anleihe. Und die restlichen Bedingungen sind häufig sogar weniger wichtig als die Währung an sich, weil die viel mehr Schwankungen impliziert. Und natürlich auch da, wenn ich eine Anleihe kaufe auf eine Fremdwährung, die doch auf ein Jahr läuft, das ist ein Risikozeitraum, den man in der Währung irgendwo noch durchschauen und überschauen kann. Aber wenn ich eine Anleihe kaufe mit zehn Jahren Laufzeit auf eine Fremdwährung, da bin ich ja theoretisch zehn Jahre in der Währung drin und ich weiß, zehn Jahre ist viel schwerer zu überschauen als ein kurzer Zeitraum. Egal, ob es bei einer Aktie ist oder bei einer Währung. Aber ja, ich gehe 100% zurück, aber wie steht die Währung in zehn Jahren? Das ist die große Frage dann. Nichtsdestotrotz, vielen, vielen Dank, Martin, für deine Frage. Wir hoffen, wir konnten dir zumindest ein wenig weiterhelfen. Alle weiteren Fragen, wie versprochen, werden in den nächsten Tagen beantwortet. Diarici, vielen, vielen Dank einmal mehr. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.